Hallo Leute und da bin ich wieder und ich bin gerade wieder ein bisschen an den Sümpfen herumlaufen um nicht nur ein paar leute zur schnecke zu machen sondern auch ich bin ja nicht so vernünftig durchgelaugend wie ich sehe gibt es auch noch sehr viele sachen noch hier zu finden die ich gerne noch holen möchte und da ich ja jetzt eh gerade ein bisschen mehr auszahlen kann hier kann ich ja mal ein bisschen mehr durchschauen noch so viel tolle leckereien hier zu entdecken sind zum beispiel war ja unter mir hier hinten zum beispiel da will ich hin ich habe ja dings dabei ich kann mich ja wieder entgiften und falls vergiftung unter das auge behalten ouch das ist ein bisschen fies dass du mich attackieren kannst du dich du kleiner kleiner darf ich mal bitte ich mal heilen hier mieser pisser ich glaube ich finde hier wo ich habe den hergekriegt ohne von das weißer zweig weißer zweig das sagt mir was jedes namenlose soldaten rollen 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 was haben wir hier blut blut ist gut aber hier wollen das harzbündel hier ist unbekannten reisenden das 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 da sagt mir das nochmal ach die prinzessin doch wo ich im teil eins zu ihr begegnet bin wo ich doch immer artorias kann es sein dass ich hier mich befinde hier in den alten wald damals mit artorias und so alles könnte gut ja sein weil ist ja auch die rede von untergang alter welten und ausschaffung neuer welten dass sie ja wie gesagt eine gewisse verbindung ja haben weg du ekraft ist sexy oh gott da drüben ist da noch was hässliches am rumlaufen eine titanin scherbe ist auch okay schlimmste ist wenn man hier gelungen gelaufen ist und gelevelt hat und du siehst die sache und du kannst sie nicht mitnehmen weißt du das ist aber die sache und dann denkst du ah röstlut gasklinge oh cool wir haben ah die vergiftung geht von alleine weg da brauche ich jetzt nicht extra die den schimmelmoos dafür nehmen den grünen lila darf ich hier hoch oder kriege ich jetzt direkt einen auf die fresse ok ist das ein neuer ort ich noch nicht entdeckt habe komm her der mit der vogeltitanit wir müssen hier umschauen ja was gibt es denn hier oh ich hoffe er steht jetzt nicht auf und greift mich an also ähm ich bin nur ein freund wo ist der tot einen haufen schwerter sehe ich hier zum alten wolf vom farum beten die kette der legion bitte darum den eid leisten zu dürfen neuer eil alter wolf eid beitreten bei uns wachende lass den beweis des eids erhalten cool sag mal her wie sieht der denn aus das logo fahrungs wachhunde schwirrt dem eid von fahrungs wachhunde in der treue ein altes million mit einem wolfswappen das den pack mit dem alten wolf von fahrhunde symbolisiert das anliegen schwirrt dem eid von fahrungs wachhunde die treue die wachhunde sorgen dafür dass der schlaf der krieger ungestört bleibt indem sie die gestalt treuer geister annehmen und alle angreifen die in fahrungswälde eindringen das herbeiruf erfolgt automatisch beim anlegen ok oh geil ich hab ein wolfslogo oben links jetzt oh das nehm ich mal so lange ich kann jetzt hier wolfskrassklinge hab ich hier grad gesehen wolfskrassklinge da bieten toll ich nehm jetzt mal direkt 3 ich will das jetzt noch tiefer vergeben ok gefällt mir der eid oben ach hell viel zu hell hier für mich gerade für meine augen weil ich hier im dunkeln sitze am aufnehmen bin ah aber sieht geil aus hier ich muss jetzt grad irgendwie an Dark Souls 2 denken gerade an diesen Ort wenn du da ein Heimatort weißt du wenn man schon da hin gucken konntest ins Wasser haben wir einen neuen Ort entdeckt hier zufälligerweise noch das wäre ja mal richtig cool so sieht es so aus oh das war jetzt großes das ist ach das ist ja so ein Dämon auch so ein hässlicher mal einklopfen wie es denn geht na ist Heat oh der kotzt auch noch wie geht du hallo Ausweichtaste du funktionier noch oh er macht den move oh shit oh shit au lass mich los oh wow fällst du auseinander oh oh fällst du auseinander verirrten Dämon ok wo sagst loot gut loot loot tut immer gut ok hmm das war es schon ja ok mal hier was entdeckt und ich würde sagen ein Audi warte mal das ist doch hier aha oh weh oh weh ich ahne Schreck ist wieder ok ich tue es ja ja was was mir nicht gefällt oh gott bitte die einstürzen jetzt hier wo ich mit meinem fetten riesen Schwert hier rumlaufe oh weh ich seh da was was mir nicht gefällt hier bleib hier bleiben geh sonst wo hin seinen Sandmartingszug ach come on alter witzig ach come on alter witzig ab dich du bist ab dich ok der ist tot so ich komm zu dir rum jetzt so jetzt sieht aber tot aus der Drache ja der ist definitiv tot ja ja tot tot als tot ist das der rote Drache aus Teil 1 nee kann nicht sein hab ich ja abgemurkst äh ich meine äh zum Schlaf gebracht mit Speer cool drauf trinke ich einen und das du hier Drachenwappenschild oh cool ui 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 boah was ist dat denn du kriegst die tolle Dinge hier ja da kannst du jetzt selbst wahrscheinlich nicht mehr zurück ich denke mal muss ich da oben glaube ich jetzt da runter hüppen oder so so sieht das nämlich mir so wieder aus so ein bisschen ja hier musst du runter man ist gespannt man ist gespannt lalalalalala lalalalalala mhm cool hab ich ja direkt hier Ort wo ich zum Wolf kann schau mal heißt das einfach hier gibt ich muss das Ding um zu wissen hat das eine volle Leiste oh weh oh weh hab ich aber dann gibt es aber noch hier entweder ein paar Autos noch hier zu finden aber ich aber jetzt nicht glaube so aber na würde es denn machen vielleicht so naja ich werde mich jetzt noch mal kurz ein bisschen umschauen und derzeit kann ich jetzt nicht viel machen aber ich werde den Part nicht hiermit nicht beenden so dann schauen was ich ich laufe noch ein bisschen herum und gucke mal was ich noch hier so Interessantes finden kann so ich bin mal hier ein bisschen rumgelaufen durch diese ekelhaften Katakommen von Katos und wenn man ja hier durchläuft wo ja diese kleine Skelettgruppe hier sich erhebt zwischen wo ähm ja wo man ja diese Treppe runter geht äh Treppe runter geht richtig und ja hier diese beknackten Wächter hier rumeiern oh warte mal der hat gedroppt der wird jetzt nicht selber kann ich auch wieder bearbeiten oder auch wieder verkaufen mal schauen gibt ja auch ein paar gute Seelen zwar nicht viel aber hilf hier so äh nein wie ich habe jemanden von Kanten hier entdeckt das ist ein Gespräch ich dann selbstverständlich auch gerne aufnehmen möchte da ist sie ja und sie sieht sehr fertig aus äh nein Horace ist ein Valiant knight er kann sich auf ihn selbst keine Frage er ist wahrscheinlich searching für mich jetzt mit zweit der Resolve wenn du ihn sagst dass ich in den Katakomben und lege prismstones um ihn wie immer her 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 ok Nicht die Entschlosser, die du dir vorstellst. Na gut, dann werde ich mich mal kurz hier umschauen. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Und dann denke ich mal, wir die Aufnahme da fortsetzen. Weil es wird jetzt wohl schon ein bisschen dauern, bis ich ihn gefunden habe. Deswegen mache ich hier einen kleinen Sprung. Hallo Leute. Ich habe ihn gefunden. Hat ein bisschen gedauert, aber ja. Irgendwie hatte ich mir zum Teil einen Verdacht gehabt. Vielleicht ist er ja hier. Ich gehe mal stark von außen. Er ist von oben da runter geplumpst. Beim Berg, bei der Brücke vielleicht. Was mich nur nervös macht, ist der hat Waffen in der Hand. Weiß nicht, ob das okay ist. Er ist auch nicht näher gegangen. Aber wenn man schon sieht, dass das hier ein sehr großer Ort ist. Ja, er bewegt. Oh ne. Oh ne. Er ist in der Hülle. Er ist in der Hülle. Super. Alter, du kleiner Drecksack. Komm mal her. Lass dich mal entscheiden, welche Pose du nimmst, Herr Slot? Wo, 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 Kollege Schnürschuh. War mal ganz cool, ja. Haben wir es? Machst du mal einen kleinen Punkt. Punkt. So. Ach, schade. Ich weiß, ich stelle mich jetzt gerade ein bisschen dämlich an. Die Tits sind unnötig. Weißt du, was du nervst? Ach, das hat das... Mann. Na komm. Ach, das ist scheiße. Ich hasse alle Bär, die Kämpfer. Mal so. Mal jetzt kurz Prozess mit dir. Komm her. Schau mal in der Mitte durch. Ja, tut mir leid. Tja. Tut mir leid für ihn. Ich hoffe, ich habe es hier... Habe ich... Hä? Ich hoffe, ich sehe es jetzt nicht weg oder so. Ich nehme mir, glaube ich, direkt eine Abkürzung. Habe ich gerade am besten zu ihr entgegangen. Versuche es mal mit... Ne, läuft vor den letzten Rast. Ich nehme mal direkt die letzte Rast. Wo ich ja war. Da war er hier. Von Katus. Ach, da komme ich gar nicht so hoch. Haha, ich habe es vergessen wieder. Warte, warte, warte. Das haben wir gleich. Äh, hier am besten. Oh Mann, oh Mann. Tut mir jetzt leid für ihr. Na ja, nicht ganz. Eigentlich ist es halt eben ein kleiner 31er gewesen. So. Da ist er doch. So, die können nicht kaputt gehen. Obwohl, die kommen doch von hier dahin, ne? Ne, glaube ich nicht. Ich muss da hier lang. Ich will jetzt nicht alles zu mir lenken. Hallo, ich häng fest. Oh Mann, ich muss da jetzt alle 50 Gegner auf mich hier wieder sind. Jetzt weg. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Will ich riskieren? Warte, ich mache mal den hier. Oh Mann. Keinver. Und jetzt. Oh Mann. Oh Mann. Eh. Ja, scheiß, ne? Weibliegen. So, kann ich jetzt da hin oder bricht die... Ach, du Scheiße. Na, komm hoch. So, die Brücke noch da jetzt hier, oder? Ey, wer die Brücke stürzt, ist einfach, wenn ich jetzt da rumlaufe. Da bin ich immer sauer. Ach, Gott sei Dank. Okay, jetzt, wenn ich jetzt rumlaufe, wenn man richtig auseinander, ey. Dann bin ich immer sauer. Ich bin wirklich sauer. Oh, hallo, wir sehen uns wieder. Hey. Ja, da, 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 ja, ne? Platz. Was? Wie ist es? Ich glaube, dass es ein Meer so tief ist, mit allen diesen Katakinen ist. Was ein Stadner. Ich wusste, dass Horace war und nicht weit weg. Danke. Wir haben beide in deinem Geld. Das wenigstens meine Gratitude verletzt, aber es wird bald weiterverkauf. Bitte nimmst es. Oh, geil. Danke. Zum See. Okay, ich habe See. Jetzt sag nicht, du willst da unten hingehen. Mach doch jetzt nicht den, ey. Warte mal. Muss ich mal kurz gucken. Ist die da runtergegangen? Bin ich ernst? Kurz mal resetten. Gucken, ob es jetzt da abgehauen ist. Bitte, sag nicht, du bist so bekloppt. Bist du jetzt nicht so bekloppt und bist jetzt da hingegangen? Das hat dich nicht dein Ernst jetzt, oder? Da war doch eine Hülle. Oh, fuck. Guck mal, ich habe den Stein hingelegt. Warte mal da unten. Alles neu. Ich muss da mal runtergehen. Oh, weh, oh, weh. Auf jeden Fall hat er jetzt nichts Dummes gemacht. Mach doch jetzt nicht den mit mir. Habe ich jetzt was Falsches gemacht, oder was? So, nicht die den. Äh, 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 wie kam ich nochmal? Da war jetzt, äh, das hier. Eie, 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 eie. Da muss ich auch noch hin. Ich wollte nur ausweichen. Oh, was hat ihn beerdigt? naja sind wir mal so gnädig aber was mich jetzt gerade noch gedanken macht was macht jetzt die Tuse die andere die da die da links sie ja tja dein Kumpel ist tot also ja ich glaube sie weiß noch nicht sie ist noch nicht up to date die gute frau by the way up to date ist was was mich gerade sehr 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 sorgen macht ich glaube ich hätte ihr nicht das buch in die hand drücken sollen wo ist sie wo ist sie hin ich habe noch gerade mit dem gerät da hat sie gesagt sie sie fürchtet sich hat angst und bla wo ist sie hin wo ist das der geworden jetzt oh ne oh ne habe ich jetzt nicht aufgenommen da waren mich noch hat sie somit gesagt schau fährt ein Demos sieht aus wie köttel ja genau da wird sowas von gekauft was habe ich jetzt harvids ring dafür geholt da ist doch doch das ist nicht schlimm ja schön und gut ey macht mir jetzt keine angst ey was ist mit der wo ist sie wo ist sie wo ist sie die ist blind was ist mit dir die sagt ja noch irgendwie grad zu mir noch ja die dunkelheit und so alles ich wollte ja noch ich wollte ja ihre hand und so und oh mein gott nein komm das sag ich der vorher hat sie auseinander gerissen oh weh oh weh da wird jemandem nicht gefallen was ist mit dir geworden ey wenn du mich du komische dunkle jetzt alle mit dir weißt du was davon oh hello fine discovering irithyl if the tales are true it is home to old moon what do you think ja ne du klaust jetzt erstmal nicht du bleibst jetzt erstmal hier weißt alle was aus der geworden ist weißt du das weißt du was davon weißt du was 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 weißt du holy Verdammt, ey. Ich hoffe, mit dem ist alles okay. Was ich mich ein bisschen frage, ist das auch vielleicht eventuell derselbe Feuerbahnschreien aus Teil 1, nur dass sie den in dieser Zeit aufgebaut haben oder so? Vielleicht. Aber er könnte nicht hin auf. Ich meine, er muss jetzt nicht hier... Ja, jetzt lädt der Ort wieder hier. Aber es ist schon mal kein Invade, das weiß ich. Ich kann euch schon mal sagen. Hat mir der liebe Rote Kampfsaal mir gesagt, es ist kein Invade oder so. Das Spiel lädt nur halt bei mir, die Landschaft gerade, deswegen. Muss ich auch wohl gestehen, habe ich wirklich so ein bisschen leichte... ...Sorge gehabt, dass ich hier im Wettelfärder... Oh Mann, oh Mann. Ich hoffe, hier ist nichts passiert. Ich weiß, er meint, er weilt sich auf den... Oh weh, oh weh, oh weh. What have I done? Ich werde mich mal kurz im Ort hinbewegen, wo ich sie ja letztes Mal gefunden habe. Mal gucken, ob ich da vielleicht Antworten finde. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh man, ich fühl mich so schlecht gerade. Kann ich nichts machen, ne? Die Dunkelheit, die in den Folianten war, ich glaube, sie hat sie. Oh man. Ich glaube, ich habe hier den Untergang verpasst. Oh weh, oh weh, ich ahne schrecklich ist mit ihr. Naja, liebe Leute, ich mache euch jetzt hier wieder einen Schnitt und würde sagen, im nächsten Part machen wir wieder weiter. Und schauen, was uns das Spiel Dark Souls 3 noch so zu bieten hat. Und, check mal, hier ist unser Weg, führt ja jetzt bald Richtung... Ja, denke mal, wir werden bald hier zum Nordwindtal aufbrechen. Jetzt wollen wir die Puppe haben, können wir jetzt, hoffe ich mal, durchgehen. Also dann, bis zum nächsten Part, dann bye bye, ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.